Guten Morgen! Kein Tag ohne Erschütterung in den vergangenen drei Tagen. Gestern das Erdbeben bei Izmir an der Westküste der Türkei und in der Ägäis auf den griechischen Inseln. Meine Gedanken und Gebete für die Menschen dort auf der Insel Samos bei Izmir. Ich bete, dass man die Verschütteten findet und retten kann. Und ja, heute ist Halloween, aber heute ist auch Reformationstag. Und die reformatorische Hymne ist das Lied von Martin Luther Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Das klingt martialisch, aber die Waffen Gottes sind Glaube, also Vertrauen, Liebe, Zusammenhalt, Hoffnung. Zuversicht. Und ich brauche immer wieder und in diesem Jahr besonders eine feste Burg, ein Refugium in mir und äußerlich vor dem, was draußen tobt. Ja, vieles macht mir Angst, aber ein feste Burg ist unser Gott. Ich mache mir um viele Sorgen, aber ein feste Burg ist unser Gott. Es gibt vieles, das mich verunsichert, aber ein feste Burg ist unser Gott. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint. Großmacht und vieles ist sein, grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts ein Sklaichen. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen. Wir fürchten uns doch nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Füß dieser Welt, wie sau er sich stellt, er tut uns doch nicht, das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn verhellen. Happy Reformation und Happy Birthday den Geburtstagskindern, zum Beispiel dir lieber Noah. Seid behütet und hier kommt neben der festen Burg ein Streifen Morgenröte für euch.